Das ist Nano, der noch nicht ahnt, dass er gleich der erste menschliche Buddy-Naut sein wird. Was? Auf der Suche nach seinem Großvater... Opa? ...macht er eine unglaubliche Entdeckung. Die Welt wird in Kürze meine sein. Das perfekte Versuchskaninchen. Alles in Ordnung mit dir, Opa? Bestätige voll und ganz, Nuno. Und plötzlich... Dr. X, warten Sie! ...ist er mitten im größten, äh, kleinsten Abenteuer aller Zeiten. Doktor, ich hab Sie gesucht. Sie haben alles gesehen. Nun, glücklicherweise nicht alles. Hey Leute, was geht? Ein sprechendes Kaninchen? Hi! Sehen Sie sich meinen Opa an? Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Wir müssen den Gobert rausholen. Sofort. Na dann los! Die Reise beginnt, sie fängt an. Na dann los! Vier Kaninchen sind für eine Sache berühmt. Fürs Möhrenessen. Riesenohren. Nein! Niemals aufgeben. Und immer zusammenhalten. Wirklich? Nicht für die Riesenohren? Ach Leute, steigt in die Kapsel. Nach dem Bestseller von Professor Dietrich Grönemeyer. Yeah! Die sehen nicht gerade freundlich aus. Oh! Hat geklappt! Der kleine Medicus war die Nauten auf geheimer Mission im Körper. Ich bin nicht so klein wie ein Kaninchen. Da hast du recht. Ich hab noch Potenzial. Der Countdown stimmt nicht. Der Countdown fliegt mich. Der Countdown. Nein!